Willkommen zurück zu Herr der Ringe, meine Freunde. Jetzt in Helmsklamm die Brecher. Die spielen wir mit Aragorn. Der hat ja auch Pfeile. Dann fernhalten. Wollte ich besser Legolas nehmen, so? Lässt sich alle in Luft auf, Jungs. Ja, da könnte ich hier ein bisschen besser abfahren. Ja, da ist ein paar wo die Pfeile. Ah, schön. Kommen sie ruhig auch da durch. Was sind denn die anderen? Die können ruhig mal helfen. Ja. Ja, da ist ein paar Worte. Wie soll ich da denn machen? Ja, ab und zu mal durchlassen, oder? Was ist das denn? Oh, nehmt doch mehr von dir. Das war's für heute. Ist das anstrengend? Wahnsinn. Oh, my God. Ja, das geht alles über die Tür beschädigt. Ah, wenn er doch perfekt ist, dann geht er schnell. Ich hoffe, da rumzukloppen. Ah, wenn er Nervensäge, was hat er denn? Oh, ne, oh, noch so'n Ding. Oh, ne, oh. Oh, ne, oh. Keine Explosionsschaden, oder? Oh, ne, oh. 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 Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh, ne. Oh, ne. Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh. Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh, ne, oh. Oh, ne, oh. hey jungs lasst mich doch bitte nur mein gott jetzt schaue ich am leben nicht flack doch schneller ja 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 mein gott flack einfach dagegen man mein gott da flippe ich aber fast aus du weißt mit einer axt umzugehen und ihr mit eurem bogen aber meine gegner stehen nicht wieder auf die frauen und kinder sind sicher doch wie lange auch gut perfekt dabei so haben wir das auch abgeschlossen gott sei dank war schrecklich ich hoffe dem man mal neuen bogen natürlich mich speichern ok freunde danke dass ihr zugeschaut habt wir sehen uns in der nächsten und ich glaube letzten folge und zwar helmsklamm in hof der hornbock bis dann und danke ciao so 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 so